Das war skandinavisch, beziehungsweise ein skandinavisches Potpourri. Hast du eine Sprache erkannt? Was sollte Dennis sein daran? Goddark. Ja fast, good day. Okay, aber genau deswegen bist du hier Niklas Levinson heute als Experte dabei. In der 11 gegen 11 Skandinavien Special Show. Wir spielen 11 gegen 11, es hat lange gedauert. Wir waren im verlängerten Weihnachtsurlaub, aber jetzt sind wir wieder da. Und weil mir die Gegner in der Redaktion ausgehen, ich habe alle bislang weggeputzt, brauchten wir einen Fachmann und vor allem jemanden, den man wirklich als Konkurrent sehen kann. Und das bist du Niklas, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Also viele Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich kann, ja nicht nur den Ruf, ich bin ja de facto halb Skandinavier, ich kann dem gerecht werden und bringe die entsprechende Expertise mit. Und ich glaube, es könnte einen Schwerpunkt geben in der Nationalität, die ich berufen werde. Wir müssen einmal kurz erklären, was für uns Skandinavien bedeutet, aber das mache nicht ich, sondern das machen wir in einem kleinen Einspieler und da erfahrt ihr auch noch eine Menge mehr über Nordeuropa. Aber Sauna oder Lego? Skandinavien hat schon einige Exportschlager hervorgebracht. Auch für die Bundesliga. Skandinavien wird unterschiedlich definiert. Schweden, Norwegen und Finnland liegen auf der skandinavischen Halbinsel. Dänemark, Island und die Farö-Inseln gehören historisch gesehen aber auch zum skandinavischen Kulturraum. Sie alle vereint das sogenannte skandinavische Kreuz auf ihrer Flagge. Die wörtliche Übersetzung von Skandinavien lautet die gefährliche Insel. Dieser Bedeutung machten einige Spieler bereits alle Ehre. Der erste war der Finne Joanni Pelton, der 1964 vom FC Haka zum Hamburger SV wechselte. Insgesamt liefen 328 Spieler aus den nordischen Ländern in der Bundesliga auf, darunter sogar ein Veringer. Der Norweger Jörn Andersen war der erste ausländische Spieler, der sich die Torjägerkanone der Bundesliga schnappte. Ihm gleich tat es Ebbe Sand, der 2001 den FC Schalke beinahe zum Meistertitel schoss. Wäre dann nicht der Schwede Patrick Andersson gewesen, der bekanntermaßen in letzter Sekunde den FC Bayern zum Meister machte. Für viel Wirbel sorgte auch Erling Haaland. Der Norweger stellte in seinen anderthalb Jahren für Borussia Dortmund diverse Rekorde auf und traf in 67 Spielen ganze 62 Mal. 148 Dänen spielten bereits in der Bundesliga. Damit ist Dänemark hinter Deutschland und Brasilien die Nation mit den meisten Spielern im deutschen Oberhaus. Aktuell stehen 21 Spieler aus den skandinavischen Ländern bei Bundesligisten unter Vertrag. Wen Niklas Levinson und Max Dinkelacker für die besten Skandinavier der Bundesliga-Geschichte halten, sehen wir jetzt. Spielregeln haben wir dir vorhin schon erklärt. Ich würde sie jetzt noch einmal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Wir klären jetzt einmal per Schätzfrage, wer anfangen darf. Und dann immer abwechselnd dürfen wir uns Spieler aussuchen. Es gibt jeden Spieler nur einmal. Das heißt, wenn ich jetzt Joachim Mähle wähle, dann darfst du ihn nicht mehr nehmen. Es sei denn, du wählst eine deiner beiden Sonderkarten aus. Rote Karte heißt, der Spieler fliegt sofort komplett vom Platz. Gelbe Karte heißt, der geht erstmal runter. Du darfst ihn in der Runde nicht wählen. Danach aber theoretisch ist er wieder frei. Rot ist aber für uns beide raus. Rot ist er für uns beide raus, genau. Deswegen würde ich sagen, falls du keine Fragen mehr hast. Also ich hoffe, die Schätzfrage hat einen Themenbezug. Aber ansonsten habe ich keine Fragen mehr. Normalerweise schon, ich kenne sie ja nicht. Dann lass uns loslegen. Der erste Isländer. Der erste Isländer. Das kann ja alles gewesen sein. Irre weit, so irre weit kann es nicht weg sein. Wie machen wir das? Machen wir so gleichzeitig? Ich zeig es dir, du zeigst es mir. Und dann wissen wir als Erste, was der anhat. Boah, nee, 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 nee. Okay, so früh. Da muss ich gewonnen haben. Ja, ist okay. Achso, Entschuldigung. Wen hast du denn im Kopf? Der Mann heißt mit Vornamen Aasgeier. An den ich gedacht habe. Den habe ich auch auf der erweiterten Liste. Der war beim VfB Stuttgart in den 70ern. Und ich glaube sogar bei dem Bayern. Aber Aasgeier irgendwas. Ich hatte original nur einen im Kopf. Ist er der Erste gewesen? Dann muss es noch früher gewesen sein. Wer ist es denn? Was? Nee, 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 Freunde. War das in den 80ern? Vielleicht war es auch in den 80ern. Kann sein, sorry. Ich zweifle die Validität dieser Schätzfrage an. Nein, aber Aasgeier, Figo Witzon war beim VfB Stuttgart und den Bayern. Aber ich habe ihn jetzt in die 70er gepackt. Aber wahrscheinlich war es in den 80ern. Mein Fehler. Ist alles korrekt. Ich meinte den richtigen Spieler. Weißt du, an wen ich dachte? Gilfie Siegwitzon? Ja, das ist der Einzige, der mir einfielt tatsächlich. Ja, aber ich hoffe mal alles an und da zu machen. Ich muss sagen, also meine Primetime fängt erst ab 2000 an. Aber ich habe die Schätzfrage gewonnen, richtig? Das heißt, ich darf anfangen. Ja, klubbisch zum Sieg. Das war der entscheidende Vorteil. Das Ding ist, das Spiel wird ja dadurch entschieden, dass die Zuschauer abstimmen können. Weshalb ich mich hier ein bisschen als Underdog sehe. Du hast drei Siege unterm Gürtel. Ja gut, aber ich habe ja auch noch nie gegen jemanden gespielt, der so eine massive Fanbase hat. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal auf Qualität. Und ich finde, es gibt einen Mann. Und damit will ich auch die jungen Leute hier abholen. Bei dem werden wir uns in 10, 11 Jahren fragen, wie das sein konnte, dass der überhaupt in der Bundesliga jemals gespielt hat. Klingen wir hier richtig drauf? Die klingen wir hier richtig drauf. Dann mache ich meinen Trainer mal hin. Das bin ja ich selber. Den kannst du hinmachen. Aber bei dem werden wir uns eben fragen, wie kann das sein, dass der überhaupt mal in der Bundesliga rumgeturnt ist. Der wird jeglichen Torrekord brechen, den es in England zumindest mal zu brechen gibt. Jetzt schon mit der beste Stürmer der Welt. Und eine Urgewalt. Ich habe ihn in der Bundesliga sehr, sehr gerne gesehen. Ich wähle mit meiner ersten Wahl Erling. Das kann ich ja nicht durchgehen lassen. Das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich, dass ich Haarland aufkleben lassen kann. Gelb für Haarland. Okay, Gelb für Haarland. Dann lege ich den mal wieder hier hin. Du hast ihn ja wahrscheinlich selber im Stapel. Und dann muss ich jetzt, dann darf ich ihn jetzt nicht nehmen. Und dann gehe ich direkt weiter, weil es gibt natürlich noch einen anderen Mann, der dem Prädikat Weltklasse absolut entsprochen hat. Den wirst du auf jeden Fall, denke ich mal, auf dem Zettel haben. Ja klar. Alan Simonsen, für die jüngeren Zuschauer, Ballon d'Or-Gewinner in den 70ern. Ballon d'Or-Gewinner, ja. Damals war der Ballon d'Or noch regionaler her, vom Fokus her, glaube ich. Ich glaube, Europas Fußballer das ernst ist, das Äquivalent. Aber immerhin das. Mit Gladbach alles gewonnen oder fast alles gewonnen. Ja. Sau viele Tore geschossen. Ich glaube, circa 1,20 groß, trotzdem Kopf vor Unheuer. Ziemlich sympathischer Typ. Wenn ich so die Geschichten von früher lese, in den 70ern, Borussia Mönchengladbach, absoluter Top, 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 Topstar. Ja. Ich gehe mit Alan Simonsen. Falls du mir den durchgehen lässt, oder willst du direkt hier? Nee, nee, nee. Ich verschieße jetzt nicht sofort mein ganzes Pulver. Okay, fair enough. Frag mich jetzt natürlich, ob das eine Finte eines erfahrenen Spielers war, mir die gelbe rauszulocken, um dann in Ruhe den Ballon d'Or-Gewinner aufzukleben. Aber gut, fair. Du machst weiter. Sehr gerne. Also mal schauen, wie wichtig dir das ist, Erling Haaland zu verhindern. Denn auch ich wähle Erling Haaland. Ja. Damit ist er dann raus. Ich würde ihn direkt vom Platz werfen. Ich kann ihn nicht mehr kriegen, wenn ich jetzt gelb zeige, fliegt er ja auch vom Platz. Deswegen macht es für mich mehr Sinn, jetzt direkt rot zu zeigen. Dann habe ich die gelbe immerhin noch. Das ist schön, dass du währenddessen mir auch erklärst, was strategisch sinnvoll ist. Okay, Erling Haaland raus. Erling Haaland ist leider raus, ja. Aber ich darf trotzdem jetzt jemanden schicken. Du darfst jetzt jemanden schicken, ja, auf jeden Fall. Du musst sogar. Alternative da zu finden, die irgendwo passt. Also ich muss sagen, es ist vielleicht nicht die strategisch beste Wahl. Aber ich bin ja vor allem großer Liebhaber seines Bruders. Aber wenn der Nabe schon einmal hier drin ist, dann, also er hat jetzt gar nicht so lange gespielt. Aber Pian Lautrup ist für mich ein Must-Play-Spieler. Den muss ich dabei haben. Da gibt es für mich keine Alternative zu. Ich glaube, neun Tore, elf Vorlagen war seine beste Saison bei den Bayern. Das war zumindest ein sehr gutes Jahr. Ja, also muss man ganz klar sagen, der Bruder, also Michael Lautrup ist nochmal der deutlich größere Spieler. Also das ist derjenige, wo ich mich mit Leuten anlege, die behaupten, Zidane wäre besser gewesen. Aber die Diskussion muss man heute nicht führen. Die machen wir nicht jetzt, ja. Okay, aber fair enough, der gehört auf jeden Fall auch in diese Auswahl. Ich hatte ihn auch auf dem Zettel vielleicht ein bisschen später. Aber ich kann verstehen, dass das ein Typ ist, an dem man das eigene Herz verliert. Jetzt kommt vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen die eigene Erfahrung in dem Spiel zur Geltung, wenn ich, natürlich ist auch wichtig, irgendwie große Fanlager abzuholen. Und es gibt ein Fanlager, das in Deutschland A groß ist, B, ja, was man auch leicht emotional packt. Und es gibt einen Skandinavier, beziehungsweise auch einen Dan, der auf Schalke bis heute eine Menge, eine Menge auslöst. Und ich wähle sehr früh vielleicht für manche, aber ich gehe auf Ebbe-Sand. Roter Grate. Roter Grate. Ehrlich? Ja. Ah, okay. Meine Mutter hat mir mal vom Flughafen ein Ebbe-Sand-Autogramm mitgebracht, weil die hat früher am Flughafen Köln-Bonn gearbeitet. Okay. Und hat da die Schalke-Mannschaft am Schalter gehabt und hat dann eben Ebbe unterschreiben lassen. Kleiner Funfact ist, obwohl sie gar nicht drum gebeten hat, hat Ailton mit unterschrieben. Okay. Aber, also, Ebbe-Sand, wenn ich den nicht kriege, dann sollst du ihn auch nicht haben. Ja, geiler Stürmer. Meister der Herzen, Pokalsieger, mal mit dem Taxi von Dänemark nach Schalke gefahren, weil er irgendwie von der Nationalmannschaft kam, aber seine Frau war schwanger. Ziemlich legendärer Typ, schade. Der einzige Stürmer, der einen besseren Song hatte als Anthony Modest. Ja, wer fährt die Lok nach Lummerland, wer schwimmt nur am Beckenrand. Seine Lieblingsteile, hat er im Freunden-Interview mal erzählt, wer köpft die Nägel in die Wand. Genau, für alle, die das nur vom Modest-Song kennen. Sehr gut zu ihm als Spieler. Aber jetzt muss ich eine Alternative auswählen. Es ist natürlich doof, dass wir jetzt hier zwei sehr tolle Spieler gar nicht dabei haben. Jetzt sind die ganzen Stürmer weg, die eigentlich sehr weit vorne kommen sollten, aber egal. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Richtung Ekeligkeit, Galligkeit, Richtung Kampf und ich brauche Sticktöftig. Auch Däne wurde von France Football, glaube ich mal, in der Liste der 50 unangenehmsten und problematischsten Fußball aller Zeiten, hat er den dritten Platz gemacht. Aber A hat er sich, glaube ich, gefangen. Also ich meine, der hat ein krasses Leben hinter sich. Da gibt es auch irre interessante Interviews, also eine sehr, 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 sehr schwere Kindheit und Jugend. Insofern vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer, warum man dann öfters auch mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und so ein bisschen aggressiver war als andere. Die Biografie liegt bei meinem Opa auf dem Schreibtisch, den muss ich noch lesen. Genau, also ich habe sie selber nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich lohnt und unabhängig davon halt so, also für mich eine absolute Bundesliga-Legende, seine große Zeit in der Bundesliga fällt genau in meine Bundesliga-Sozialisierung und auch einfach nicht verkehrt und eben ein Typ, ich werde ja später hoffentlich noch ein paar Zauberer auch auf dem Platz bekommen, aber einer, der sich auf jeden Fall nicht zu schade ist für die Drecksarbeit. Okay, ich bin dran, ich nehme einen Mann, also das Einzige, was mich so schnell von Dänemark abbringen könnte, ist die Vereinszugehörigkeit. Ich nehme einen Mann, der die Hölle schon im Namen hat, Torhüter-Legende des FCK, Ronny Hellström. Lass ich dir einfach, ich weiß ja auch um deine Liebe zum Verein und ich plane eh anders da hinten, deswegen, und es wäre jetzt auch irgendwie dämlich, wenn neben Haaland und Sand eine dritte Bundesliga-Legende hier nicht den Weg aufs Spielfeld hat. Ich kann sagen, wenn ich noch was hätte, um was zu verhindern, ich würde dir nicht Schellbrett wegnehmen, also das kann ich schon mal wissen lassen. Na gut, okay, wer weiß, ob der noch geplant ist, aber Ronny Hellström, ich glaube, boah, zehn Jahre oder was, lauter an? Ewigkeiten, ja, Ewigkeiten. Und auch einer, der bestimmt auch woanders hätte im Tor stehen können, wenn er gewollt hätte, so von der Qualität, glaube ich. Ja, aber das war wirklich jemand, der hat den Verein gelebt, geliebt und geatmet, also auch alles ein bisschen vor meiner Zeit gewesen, aber als FCK-Fan ist Ronny Hellström, so ein Name von der Größenordnung, der lässt sich nicht verhindern, dass du darüber stolperst. Ja, absolut. Ich brauche Offensivpower und ich gehe jetzt in eine Richtung, das ist ein Mann, der hatte natürlich seine große Zeit nicht unbedingt in der Bundesliga, ist aber von den Skandinaviern, die in der Bundesliga gespielt haben, sicherlich einer, der die größte Karriere überhaupt hingelegt hat. Mit Ajax alles gewonnen, ich glaube, zehn Jahre am Stück fast finnischer Fußballer des Jahres geworden. Und vor allem, das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, wir können dieses Spiel nicht spielen, ohne einen Hansa-Spieler auf dem Platz zu haben. Und deswegen, ich gehe auf Jari Lippmann, das ist so ein Typ, war leider auch gut, bevor ich viel gucken konnte, aber als der nach Rostock kam, allein, also er kam dann relativ spät nach Rostock, so Anfang der 2000er würde ich sagen, und allein die Resonanz, die das ausgelöst hat, hat auch mir, der ihn gar nicht wirklich auf dem Zettel hatte, gezeigt, okay, das ist, das muss einer gewesen sein. Und deswegen Jari Lippmann. Ich glaube, Jari Lippmann ist ein Spieler, der wie kaum ein anderer in seiner Reputation unter FIFA gelitten hat. Gelitten? Ja, weil das wieder ein FIFA dieser Icons, und die unterteilen sich ja in spielbar und nicht so spielbar. Und Jari Lippmann hat das Pech, dass er eine der rein von der Spielbarkeit schlechtesten Icons im Spiel hat, und man wirklich kaum eine schlechtere Karte ziehen könnte aus diesem Pool als ihn. Also spielbar bedeutet, es macht Sinn, mit dem zu spielen oder nicht? Es gibt eine Meta, und eine Meta ist halt immer sehr, sehr schnell, wendig, dribbelstark, und Jari Lippmann hat diese Attribute nicht so sehr in FIFA, und ich glaube, das sorgt dafür, weil das ist eine These, die ich habe, dass das, was junge Leute von Spielern denken, die sie nicht kennen, unheimlich geprägt ist von dem, was sie so an Videospielerfahrung gemacht haben. Es geht ja hier auch viel um Mentalität, und ich muss ja ein bisschen dagegenhalten, wenn dein Mittelfeld von Stieg Töfting zusammengehalten wird. Ich habe eine Ahnung. Und ich kann mir kaum was Besseres vorstellen als ein direktes Duell zwischen Stieg Töfting und Thomas Gravesen, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich sogar derjenige von den dänischen Sechsern mit der fast international zumindest ein bisschen größeren Karriere. Der ist ja auch mal irgendwie bei Real Madrid noch gelandet, ne? Das ist halt völlig absurd, dass das funktioniert hat, also dass er bei Real gelandet ist. Er war ja dann bei Everton nach dem HSV, ging dann zu Real, und es gibt so eine Szene, wo er eine Grätsche versucht, mit dem eigenen Knie in den Boden einschlägt und dann irgendwie halb humpelnd weiterläuft. Und das ist ein legendärer, glaube ich, Clip unter Real Madrid-Fans. Seine beste Szene war wahrscheinlich, dass er im Training versucht hat, Rubinho zu verprügeln, wo man ja heute sagen muss, mit Recht, also hat er ein gutes Gespür bewiesen. Und das ist einer von den Männern, um denen auch immer so ihre Legenden ranken nach der Karriere. Soll er angeblich einer der reichsten Männer der Welt sein mittlerweile, hieß es mal zumindest. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber so oder so, ein toller Fußballer. Ich brauche mal jetzt einen Stürmer. Du hast mir natürlich zwei der drei Jungs, die ich haben wollte, weggenommen. Deswegen, das ist jetzt eigentlich nur meine dritte Wahl im Sturm. Aber trotzdem hole ich auch damit wieder eine relativ große Fanbase ab. Die habe ich zwar mit Alan Simonsen schon wahrscheinlich auf meiner Seite, aber ich gehe auf Martin Dahlin. Schwede hat fünf Bundesliga-Saisons in Folge zweistellig für Gladbach getroffen. Pokalsieger mit Gladbach, Finaltorschütze im Pokalfinale. WM Dritter 94. Danach nicht mehr so viel gerissen, aber die Zeit war spektakulär. Vor allem Sturm-Duo mit Schweden oder in Schweden mit Henrik Larsson. Das weiß ich noch, den kenne ich in erster Linie aus so Bravo-Sport-Bildern. Aber schon da fand ich ihn einfach geil, weil der irgendwie, ohne dass ich ihn jemals bewegtbild habe, spielen sehen, hat man Fotos von ihm gesehen und wusste, okay, der ist geil. Sturm kommt noch, ich würde gerne weiter an meinem Mittelfeld basteln und tue das mit einem Mann, der gut gewesen sein muss, denn er hat beim besten deutschen Verein aller Zeiten gespielt und hört auf den Namen Sören Lerbi. Ja, darf es auch haben. Sören Lerbi Bayern. Bayern, ganz genau. Also auch vor meiner Zeit, aber einige Spiele gemacht für den FCB und das reicht mir als Qualitätsmerkmal oder Nachweis an sich, dass der Mann Bayern vergangen hat. Und dass jetzt hier bisher so in erster Linie Dänen irgendwie aufgeklebt sind, das ist Zufall, oder? Also ich musste mich eh schon bemühen, dass ich da halbwegs ein Gleichgewicht reinbringe, was die Nationalitäten angeht. Also da mag ein Bias vorherrschen, aber ich habe eine klare Favorit, wer die besten Skandinavier gestellt hat in der Bundesliga. Ich merke gerade, ich bin ja so ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit und ich habe so das Gefühl, ich muss auch die jüngere Zielgruppe abholen. Gerade die Leute, die wegen dir jetzt hier gerade zugucken. Deswegen muss ich denen mal langsam einen präsentieren. Den ja auch kennen. Den sie auch kennen. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich fast keinen Spieler, der jetzt gerade noch offen ist, den mehr Leute kennen, außer den Lord. Ich gehe mit Niklas Bentner. Hat natürlich eine schwere Zeit gehabt in Deutschburg. War jetzt nicht so, dass er das sportlich überragt hat, aber war halt ein Typ, bei dem auch jeder wusste, wenn er will, dann kann er. Und der insgesamt so als Typ auch einfach einer ist, den ich gerne in meiner Truppe sehen möchte. Und ich glaube, das ist auch so ein Typ, ich würde den zum Beispiel einfach menschlich, ich wüsste, wie ich den zu packen habe. Und der würde bei mir funktionieren. Der würde für mich durchs Feuer gehen. Nichts sehnlicher gewünscht, als dass das funktioniert hätte. Wirklich. Das wäre mein größter Wunsch gewesen, dass Benton an der Bundesliga geklappt hätte. Falscher Verein. Ja. Der hätte halt irgendwo bei einem Verein landen müssen, wo die Fans völlig voll irre sind und wo... Das ist ein guter FC-Stürmer gewesen. Zum Beispiel. Ich gehe jetzt total auf das... Ich hoffe, das ist der auch, der da war. Patrick Anderson müsste doch derselbe sein, der... Ja, da gehe ich auf gelb hier. Der spielt eine zu zentrale Rolle in meiner Mannschaft. Und ich meine, je weiter ich zögere, desto qualitativ schlechter werden ja die Leute, die du ziehst. Deswegen, Patrick Anderson ist ja noch im Spiel. Er ist noch im Spiel, aber es wäre ja sehr, sehr sinnvoll, von dir nach dem Einsatz der Gaming in der nächsten Runde zu nehmen. Also man kann gerne versuchen, dieses Spannungsmoment aufzubauen. Also man redet nicht so sehr über ihn heute, weil das einfach zu frisch ist. Aber ich glaube, wenn das vor 20 Jahren passiert wäre, würde man sagen, Oskar Wendt, absolute Bundesliga-Legende. Wie willst du mir meine Gladbacher hier? Wie willst du mir meine Gladbacher... Ich muss ja sehen, dass ich ja auch ein bisschen... Also jetzt habe ich Bayern abgedeckt, doppelt sogar. Ich habe ein bisschen Lauter, ein bisschen HSV. Jetzt machen wir mit Gladbach weiter. Oskar Wendt, linke Defensivseite. Wird da hier schön platziert. War ein... Also ich würde sagen, der Inbegriff von Verlässlichkeit und ja, einfach Verfügbarkeit auch. Der war fast immer fit. Der erinnert mich so ein bisschen an das, was 1 an Lieblingsvideos wie Roy Keane über seinen Lieblingsspieler spricht, Dennis Irwin. Und hat da gesagt, also ein tolles Video, also weil er schwärmt wirklich von ihm aus einer Art und Weise, wie man Roy Keane, glaube ich, noch nie über einen anderen Menschen hat reden hören. Und hat gesagt, Dennis Irwin was a 7 out of 10 on 8 out of 10 most of the days. Und für Oskar Wendt gilt das so ein bisschen auch, dass er halt nie eine 10 von 10 war, aber einfach sehr, sehr souverän. Ich mache weiter und ja, ich greife mir jetzt einfach mal deine Karte. Mach das ruhig, ja. Patrick Andersson, Gladbach, sehr lange, sehr überzeugend. Dann, ich würde fast behaupten, also zumindest was meine Lebzeit angeht, das berühmteste Bundesliga-Tor geschossen. Die Bayern in letzter Minute in Hamburg. Das Folgenschwerste wahrscheinlich auch. Zum Sieg geschossen. Da ist natürlich was, wo ich jetzt die Schalker, die ich ja eh noch nicht auf meiner Seite habe, weil er besandt hier nicht auf den Dings ist, auch vieler vergraulen könnte. Aber Patrick Andersson irgendwie, ich fand den immer witzig, auch einer der wenigen, der es geschafft hat, zu den Bayern zu gehen, ohne, dass ich ihn sofort gehasst habe. Deswegen, Patrick Andersson, ist so eine Art Anker hier hinten drin. Ja, liebe Schalke-Fans, jetzt seht ihr, da stellt jemand den Mann auf, der euch wahrscheinlich das größte Leid zugefügt hat, was ihr jemals erfahren musstet als Fans. Ich mache es anders. Ich gehe mit einem Ex-Schalker und nominiere Christian Paulsen. Ja, du meinst ein bisschen, jetzt mal ein bisschen was Piligranes neben Thomas Gravesen. Ja. Wie machen wir jetzt weiter? Ich gehe, ich bleibe hinten drin, ich brauche noch eine Art Libero, den freien Mann. Ich gehe auf Rune Bratzett. Ich weiß nicht, inwieweit, oder was du mit dem Mann verbindest, aber Werder Bremen, mehr als 200, also mal mindestens 200 Bundesligaspiele und war in erster Linie auch einfach richtig groß. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ja, das sagt man immer gerne, immer Leute, dass sie die Knochen hingehalten haben. Das ist so ein Nachweis von, die haben sich wirklich angestrengt, die haben es ernst gemeint. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich hier weiter? Das ist offensiv oder defensiv. Ich glaube, ich gehe mit einer Nation, die bei mir auch zumindest einmal repräsentiert sein soll, falls da viele von zuschauen sollten. Vielleicht aus dem Schüleraustausch damals, ich war ja Austauschschüler in Finnland. Warst du tatsächlich? Tatsächlich, ja. In der achten Klasse war ich drüben. In Helsinki. Und ich stelle auf, Sami Hyppie, der mir eine gute Wahl erscheint für die Innenverteidigung. Bayern Leverkusen gemacht, also natürlich primär Leverpool-Legende, aber bei Leverkusen ja auch noch zumindest eine temporär erfolgreiche Zeit als gleichberechtigter Co-Trainer mitgeprägt. Ja. Und dafür gerne bei mir in den Laden zusammenhalten. Guter Mann. War natürlich erst recht spät dann auch in der Bundesliga, als die ganz großen Jahre vorbei waren, aber da habe ich ja auch ein paar Kandidaten drin. So, ich muss ihn jetzt nehmen. Du hast mir zwar schon gesagt, dass du ihn mir eh nicht wegnehmen willst, aber ich fühle mich einfach besser, wenn er auf dem Platz steht. Ich merke nur, der Platz wird langsam echt eng. Es wird hier so ein großes Ausstellungskneul, aber ich brauche Herr Schellbrett. Herr Schellbrett war jahrelang bei Hertha auch die Verlässlichkeit in Person. Ein Typ, der vor allem immer dann aufgefallen ist, wenn er gefehlt hat. Einer, der jetzt nicht die genialen Pässe irgendwie aus dem Fußgelenk geschüttelt hat oder ansonsten durch besonders spektakuläre Aktionen aufgefallen wäre, aber ein fleißiger Typ, der sich nicht zu schade war, für andere zu laufen. Und vor allem, was man jetzt im Nachhinein einfach mal sagen muss, seitdem, oder als er 2020 weggegangen ist, ging es eigentlich mit dem Chaos erst so richtig los, auch intern, glaube ich, war das einfach ein verdammt wichtiger Kerl. Ich glaube, jeder, der es mit Hertha hält und ungefähr in meinem Alter ist, versteht, warum man diesen Typen oder warum ich den Typen so gerne habe. Ich mache weiter mit dem Mann, von dem ich hoffe, er ist es, der die besagten 20 Tore für TBE gemacht hat. Ja. War es Benni Wendt? Ich habe mir sogar Notizen gemacht. Warte mal. War das Benni Wendt? Ja, ich habe mir aufgeschrieben. Soll ich den mal aufschreiben? Benni Wendt, Bomber, TB, 20 Hütten in 30 Spielen. Zwei Berliner Kinder. Ja. Zwei Kinder in dem Jahr in Berlin offenbar geboren. Zwei? Hat er taktisch klug offenbar sauber gearbeitet? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht fand er Berlin auch so schön, dass sie später nochmal da gelebt haben. Okay, weil das ist ja hohe Aktivität sonst. Ich hoffe, Benni Wendt kann auch links außen, kann da ein bisschen den Enversenstürmer geben. Davon hat er damals noch nie gehört, glaube ich, als er gespielt hat. Aber er macht das für mich. Aber die früher konnten ja alles, wenn man ihnen selber glauben kann. Die konnten meistens alles und ich finde jemand, der 20 Tore für die Mannschaft gemacht hat, die ich als Bundesliga-Versager abgespeichert habe, der muss eigentlich ganz gut gewesen sein. Ich brauche noch einen Stürmer. Also ich will eigentlich, um das hier mal zu erklären, ich will eigentlich einen 3-5-2 spielen mit zwei Sechsern. Dreierkette, zwei ohne richtiger Außen, sondern vorne drei Stürmer, zwei eher offensive Mittelfeldspieler und zwei Sechsern. Und du hast jetzt Bentner schon als Schienenverteidiger eingeplant. Ich habe jetzt Bentner macht die rechte Schiene, genau. Aber auch dafür wird er sich nicht zu schade sein. Aber ich gehe jetzt mit einem Mann, den ich auch, das muss ich zugeben, bis gestern nicht kannte. Dann ist mir aufgefallen, okay, Arne Oekland wahrscheinlich hat mit O, was durchgestrichen ist. Habe bei Leverkusen gespielt, jetzt ist natürlich auch nicht der Verein, an dem jetzt unbedingt mein Herz hängt. Aber hat A auch ganz ordentlich gebombt, hat mal drei Tore gegen Bayern gemacht, dann noch ein viertes gemacht. Was er aber, weil er so ein fairer Sportsmann war, eigenständig quasi hat aberkennen lassen und weil er zugegeben hat, der Ball war hinterm Netz durch ein Loch rein. Deswegen kein Viererpack, sondern nur Dreierpack. Also der bessere Kießling sozusagen. Der bessere Kießling, genau. Und das, was mir eigentlich am besten an dem Mann gefällt, der lebt auf seiner eigenen Insel. Er hat eine eigene Insel gekauft irgendwann und ist auch ansonsten, glaube ich, ein ziemlich interessanter Mann. Europameister im Hochseefischen. Norweger Stadion Pilawa. Pizzerische Akkette, genau. Der hat wahrscheinlich überall seine Angel mit im Spiel. Mir fehlt ja auch noch ein Stürmer. Da klafft bei mir noch ein Vakuum. Ich nehme einen Mann, der, glaube ich, vom Output her gar nicht so überragt hat, aber der totale Nostalgiegefühle bei mir weckt, bei meiner Generation, glaube ich zumindest, weil er Teil war eines der coolsten Offensivtrios, die ich so gesehen habe. Und er hört auf den Namen Mo Abdellaue. Mo Abdellaue? Ist dein Sturmführer hier jetzt? Ja. Mo Abdellaue. Mo Abdellaue, weil ich habe den... Hannover, Stuttgart. Hannover, Stuttgart. Also ich glaube, VfB-Fans erinnern sich weniger gerne an ihn als Hannover-Fans. Aber für mich ist Abdellaue, Jakunan und Juf ist ein absolut iconic Angriffs-Trio der Bundesliga-Historie. Also alle für sich habe ich auf jeden Fall auch gut abgespeichert. Mir war nicht bewusst, dass die quasi so als Teufelsdreier gewirbelt haben. Also es kann mal auch mal ein Doppelspitze gewesen sein, ein bisschen Rotation, aber das sind auf jeden Fall drei Namen, die ich total eng verbinde mit diesen beiden ja auch wirklich ordentlichen Europa-League-Runs, die Hannover damals hingelegt hat. Ich glaube einmal sogar bis ins Viertelfinale vorgesogen, da dann gegen Atletico ausgeschieden. So, ich brauche noch meinen dritten Verteidiger und ich gehe jetzt mit einem Mann, der auch jetzt nicht unbedingt seinen Zenit in der Bundesliga hatte, aber bei dem ich immer wieder überrascht bin, wenn er mir alle paar Jahre mal über den Weg läuft, weil er doch noch spielt und der eine Karriere hingelegt hat, die ich ihm so früher zumindest, als er in der Bundesliga war, gar nicht zugetraut hätte. Ich nehme Simon Kier. Für dich als Dan sicherlich auch ein Mann, mit dem du eine Menge verbindest und vor allem... Einer meiner absoluten Lieblinge. Na und vor allem, was ich mit ihm, was jetzt mal völlig nichts mit dem Sportlichen zu tun hat, ich verbinde mit ihm natürlich auch den Moment, wo Christian Eriksen bei der EM umgekippt ist und ich habe selten jemanden gesehen, der in so einer Situation so zielsicher das in Anführungsstrichen Richtige gemacht hat. Also die Situation, wie er die Frau umarmt hat, wie er dafür gesorgt hat, dass die Leute seinen Teamkollegen abschirmen. Er war ja auch der Erste, der quasi hingerufen wurde und dann sehr schnell, sehr vehement klar gemacht hat, okay, der braucht Hilfe. Das war, ich finde das immer sehr bewundernswert, wenn Leute in solchen Momenten quasi... und man kann das ja auch einfach per Definition nicht wissen, wie man selber handeln würde, wenn man in sowas reinrutscht. Ja, genau, genau. Weil das, glaube ich, nicht antizipierbar ist. Man kann auch total schockgelähmt sein, was auch immer. Und ich finde auch, der hat da extreme Größe bewiesen, das auf eine Art und Weise gehandhabt, wo man sagen muss, das hätte man nicht besser machen können. Es ist halt schade, dass es beim VfL damals überhaupt nicht geklappt hat. Kam, glaube ich, so für 11, 12 Millionen Euro Trainer, aber es müsste Steve McLaren gewesen sein, also auch in eine sehr, sehr katastrophale VfL-Zeit damals. von Palermo und hatte extrem viele kapitale Böcke drin, aber das sind ja Dinge, die verlaufen sich irgendwann mit der Erfahrung und hinten raus auf jeden Fall ein Innenverteidiger von internationalem Format, ein Mensch von Weltklasseformat geworden. Danke und das war, glaube ich, jetzt besser kann man nicht für mein Team Werbung machen. Für diesen einen Spieler zumindest. Ich habe jetzt nur noch Defensive offen und zwar einen Innenverteidiger und rechts bräuchte ich im Idealfall auch noch jemanden. Also, hm. Aber ich gehe noch mal ins dänische Boot und stelle Michael Schönberg auf. Ah! Jetzt ist es sehr bitter, dass ich keine Karte mehr habe. Hättest du das gerne verhindert? Das sollte mein Torwart werden. Ruhm mich ab. Einer der Feldspieler, die mal über Umwege im Tor gelandet sind, der hat einen Elfmeter gehalten. In seinem einzigen Torwart-Einsatz, der mal gegen den SC Freiburg irgendwann war, hat er als Feldspieler einen Elfmeter rausgekratzt und das sollte eigentlich mein Mann jetzt gleich hinten drin werden. Wäre eine sehr schöne Wahl gewesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass der mir weggeschnappt wird. Ich meine, klar, Lautern Meister auch geworden, aber okay. Ja, ärgerlich. Ich glaube, jetzt bleibt dir fast kaum noch eine Wahl, als Lukas Radetzki aufzustellen, oder? Nee. Also, ich finde, es gibt gar nicht so wenig Auswahlmöglichkeit, dadurch, dass es auch diese Überlegende gibt, die bestimmt viele hier nicht auf dem Zettel haben, aber Thomas Gilles oder Thomas Gilles, der einfach echt immer aussah, der sieht ein bisschen üblich aus, als sei er nicht unbedingt Profisportler. Dann muss ich dem Herzen folgen. Ich wollte einen Witz machen mit Schoenberg, aber dann gehe ich natürlich auf Rune. Klar. Rune, ja, ich habe zwar eigentlich schon einen Rune drin, aber doppelt hält besser und Rune Jahrstein jahrelang ähnlich, analog eigentlich zu Schelbrett, in den unaufgeregten Dardai-Jahren den Kasten sauber gehalten und auch ein echt ordentlicher Keeper gewesen. Wie steht es aktuell um ihn? Naja, da gibt es ja so ein bisschen arbeitsrechtliche Probleme und die sind im Streit auseinandergegangen, aber, also, vorbei. Bei mir gleich auch, denn ich stelle meinen letzten Spieler auf, wenn ich das richtig sehe. muss ich noch eine gute Entscheidung zum Schluss treffen hier und ich sage mal hier jetzt auf jeden Fall Paradies für einen wie Oskar Wendt. Ja, das passt sehr gut, denn ich habe vor, machen wir heute ja sehr, sehr gerne, ich parke Andreas Christensen auf der rechten Defensivseite. Okay. Den verbinde ich so ein bisschen mit Gladbacher Champions League Fußball. Der wurde damals von Chelsea ausgeliehen, ich glaube sogar gleich für zwei Jahre und man hätte ihn, glaube ich, auch gerne auch dann fest verpflichtet und länger gehalten, aber ging dann nicht, glaube ich, war finanziell nicht stemmbar und spielt mittlerweile beim FC Barcelona. Diese Saison läuft nicht ganz so gut, weil er einfach, glaube ich, nicht gut in Form ist, aber in der Meistersaison letztes Jahr sehr, sehr stark gewesen, also Passqualität über jeden Zweifel erhaben und was man heute ja gerne sieht im modernen Fußball ist ja, dass zum Beispiel jetzt die dann im Aufbau eine Dreierkette bilden können und da kann Oskar Wendt auf der Seite vorschieben. Das sind alles Dinge, die ich schon natürlich im Vorfeld einkalkuliert habe, von daher, das ist der Plan mit dieser Mannschaft. Ich finde es immer wieder witzig bei dem Format, dass dann doch Leute ausgebuddelt werden, die ich selber so jetzt nicht unbedingt geholt hätte und gleich... Wer wäre das für dich? Naja, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher einen Christensen hätte ich nicht geholt. Ich hätte auf jeden Fall einen Mo Abdelauer, hätte ich auf gar keinen Fall. Den hatte ich, glaube ich, nicht mehr in der Vorauswahl. Ich habe den gesehen, der ist Norweger, aber den hatte ich nicht mal mit drin. Aber so hat jeder seine Lieblinge und darum geht es ja auch so ein bisschen. Ich glaube auch, dass wir jetzt nicht ewig weit auseinanderhalten, das ist eigentlich aber schon ein bisschen und so ein paar Jahre können ja schon einen Unterschied machen, so wie du auf wen so ein bisschen guckst. Also wenn du mehr noch mit kindlich-jugendlicher Nostalgie drauf schaust, wie ich das vielleicht bei Abdelauel tue, wo du schon als erwachsener Mann eher nüchtern abgeklärt drauf geschaut hast, das ist schon durchaus möglich. Aber ich bin an sich sehr, sehr happy mit meiner Auswahl. Ja, ein wilder Ritt durch die Nation und auch durch die Zeiten und auch durch die Vereine. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Jetzt ist eure Aufgabe abzustimmen, welches Team gefällt euch besser und ich würde noch mal dafür appellieren, guckt nur auf die Teams. Schaut nur auf die Teams, macht das ruhig, weil auch da bin ich zuversichtlich. Weil da bin ich mir dann doch relativ sicher, dass es gut aussieht für alle, die jetzt später eingeschaltet haben. Haaland und Sand waren leider raus. Die haben wir aus Blödheit nicht genommen. Genau, in die Kommentare, Team Niklas, Team Max und dann lassen wir uns mal überraschen. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön für den Besuch. Mir auch. Danke für die Einladung. Ich hatte so das Gefühl, wir haben auch das richtige Thema für dich rausgesucht. Allein, dass du ja in der Regel mehr über meine dänischen Spieler wusstest als ich. Ja, also du musstest mir so ein bisschen helfen bei allem, was so vor 1995 war gefühlt. Aber ja, Dänemark ist dann doch noch ein Steckenpferd, wo ich ein bisschen danceen kann. Ja, dann wie gesagt, Dankeschön für den Besuch. Immer wieder gerne und wir sind gespannt, wie es ausgeht. Tschüss.